Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 2 gegen 2 in einem Ranked Game zwischen rechts unten in rot gespawnt als Zerg Lex und links oben in blau gespawnt als Zerg Tim und Tim, ein kleiner Tipp, den ich dir vor dem Spiel nochmal geben möchte ist schau doch bitte mal nach, wie Ranked Game geschrieben wird, weil das hat mich doch gerade ein bisschen zum Lächeln gebracht, als ich das hier gesehen habe. Er hat mir nämlich eine Nacht geschrieben wo er irgendwie gesagt hat, das ist mein erstes Ranked Game seit langem, sei bitte gnädig bin ich allerdings nicht mit deinen Rechtscheib Skills da doch bitte ein bisschen gucken weiß nicht, ob ich das jetzt hier einblenden darf ohne ich glaube das ist dann zu sehr exposed, das mache ich mal nicht aber war schon sehr witzig, muss man an dieser Stelle sagen Pool First gibt es auf jeden Fall hier bei Lex und dann das Gras ist im ZVZ ja was, was durchaus häufig gemacht wird, da ja viele, viele variable Openings mehr eigentlich als in jedem anderen Matchup, was die Zergs angeht, würde ich sagen ist allerdings kein Early Pool, sondern einfach nur ein Pool First also Pool für Hedge auf jeden Fall, ich weiß gerade gar nicht, ob das Gras eher war oder der Pool sollte trotzdem jetzt gleich eigentlich eine Hedgery geben wenn nicht, würde mich das doch ein bisschen überraschen bei Tim dagegen haben wir jetzt den Pool und das Gras erst etwas später sogenannte Hedge First, also das Standard Opening das Gras ist auch gerade nur von zwei Drohnen gemeint da wurden die in der Reihen schon investiert, ich dachte gerade, warum hat er so wenig Geld weil er die Echse schon gesetzt hat ist dadurch deutlich später, was das angeht mich überrascht, dass er jetzt hier nur mit zwei Drohnen das Gras gemeint denn ich hätte gedacht, dass er wenigstens versuchen will dadurch schneller Speed zu bekommen, weil das dürfte ihm auf jeden Fall gelingen denn, ja, wird ihm das auf jeden Fall gelingen? ich glaube das fast gar nicht, denn wir sehen hier die Gascounts sind quasi gleich und der Pool braucht zwar noch sechs Sekunden aber vorher kann eigentlich Lex auch nicht so wirklich das Ganze in Afrika geben also es gibt einen leichten Vorteil, wenn er es jetzt andrücken würde für Speed, aber der wird nicht genutzt beiden übrigens nicht, beide vergessen hier gerade Speed anzudrücken oder treffen bewusst die Entscheidung, auch das natürlich möglich hier kommt allerdings Speed, das heißt, das wurde vergessen ist relativ spät dafür, dass er eben die Hedge so viel später genommen hat er hat dafür die Queen ein bisschen früher, kann also etwas eher dann quasi da Drohnen raushauen das kann das Ganze ein bisschen ausgleichen kommt tatsächlich ein Banning-Nest hinterher das heißt, es sollte auf jeden Fall erstmal aggressiv gleich werden oder er kann natürlich auch ein defensives Banning-Nest nehmen, ja aber gefühlt ist das eher offensiv der Gegner allerdings baut das Ganze auch, Tim, an dieser Stelle wir haben sechs Länge bei ihm, beim Gegner haben wir lediglich zwei Länge und der Vorteil natürlich, der frühen Queen ist ganz klar, man kann den Overlord attackieren, der ein bisschen aggressiv auch vorgeschickt war von Tim ich glaube, das war so nicht geplant, ich glaube, da hat er ein bisschen vergessen den wegzunehmen, normalerweise fährt man hier nur hier und guckt, ob in der Natural Creep ist um zu sehen, ob die Hedge First da ist oder eben nicht das war nicht der Fall, das heißt, das hat er auch einordnen können er kommt jetzt hier tatsächlich nochmal glücklich weg man kann jetzt natürlich jetzt auch den Cred geben, dass er hier einen schlauen Weg geflogen ist, ist er definitiv trotzdem würde ich sagen war das ein bisschen glücklich, aber das macht unterm Strich nichts, denn ein bisschen Glück gehört natürlich in Staggift auch immer dazu, Leertag kommt jetzt auf jeden Fall auf Seiten von Lex und baut hier einen Spinecrawler tatsächlich in der Natural das spricht dafür, dass es bei ihm kein Ling-All-In geben wird am Anfang, sondern eher etwas, wo er etwas sicher sein möchte, jetzt defensiv und nicht in seine eigene Offensive investieren möchte, es gibt weiter Drohnen bei Tim Drohnen-Technisch sind sie ausgelegt, allerdings kommen nochmal 6 weitere Linke dazu, er hat sogar ein paar Banninge hier schon eigentlich eher defensiv positioniert, sein Link-Speed braucht noch ein bisschen länger 9 Sekunden noch, das heißt, er kann auch jetzt gar nicht so toll rüber rennen was mir ein bisschen missfällt hier bei Lex sind die Overlords, ja, er deckt hier relativ viel ab bei sich, aber er weiß nichts vom Gegner, eigentlich möchte man auf jeden Fall so hier so einen Overlord erstmal haben, dann würde er nämlich jetzt sehen, dass hier die Linke losrennen und auch wieder zurück, aber wenn die sich über die Map bewegen würden, dann wüsste das Lex erst an dieser Stelle und das ist schon ziemlich spät, zumal er ja nichts hat, er hat zwei Linke und einen Spine Crawler, aber das macht dann bei einem Link-Bay-Link-All-In auch nichts, also wenn jetzt hier einfach der Push rüber käme, es kommen wenigstens ein paar Einheiten, aber also wenn jetzt hier einfach ein Link-All-In gekommen wäre gegen Lex, dann wäre Lex einfach tot, das muss man mal ganz klar so sagen, er hat nämlich gar nichts und eben auch keine Vision, um frühzeitig drauf zu reagieren und weitere eigene Linge bauen zu können. Tim guckt jetzt hier ob eine dritte Base da ist, das ist nicht der Fall, er selbst nimmt eine, ist deshalb wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen vorsichtiger gleich, könnte ich mir vorstellen, die Linke rennt allerdings hier einfach in die Mainbase rein, scouten hier alles, sehen den frühen Hydra denn tatsächlich, in der Mainbase haben wir auch einen Spine Crawler, damit wird es schwierig die Cream zu snipen, sonst wäre das natürlich eine Sache, die man ganz gut machen kann, aber diese Queen, diese Queen kann er bekommen, ah, der Throne sieht es jetzt nicht so bombastisch, also eigentlich gar nicht, um genau zu sein. Den Queen zu kommen im ZVZ natürlich immer eine schöne Sache, aber es gelingt hier nicht, Lex macht das ganz gut, hat sogar zwei Queens hier gehabt in der Natural Dimensionen, wäre das gar nicht so schlimm gewesen jetzt eins zu verlieren, aber wenn man eben an einer Base keine Queen hat und eben nicht diese Larven zur Verfügung hat, der Gegner schon, dann ist das im ZVT einfach ein Todesurteil, das kann man nicht anders sagen. Wir sehen jetzt die ersten Hydras und es gibt hier tatsächlich einen sehr, sehr frühen Lurker denn, 16 Linge auf der anderen Seite von Tim, der möchte jetzt hier vielleicht sogar nochmal aggressiv werden, denn er hat gesehen, da ist nicht so viel, hat gesehen es gibt einen frühen Leertick, aber er hat auch gesehen, dass der Hydra denn da ist, also normalerweise spricht ein frühen Leertick eigentlich immer für Mutas, vor allen Dingen auf zwei Base. Zwei Base Hydras ist eigentlich ein bisschen ungewöhnlich und zwei Base Lurker habe ich so noch nicht gesehen, muss ich sagen, vielleicht ist das was häufiger passiert, so lange bin ich ja noch nicht zerg, aber für mich als noch nicht Experten im ZVZ würde ich sagen, es ist doch eher ungewöhnlich, was Lexi jetzt spielt. Da sind die ersten Hydras, das Surround der Linge klappt hier leider nicht und dementsprechend klappt der Reverse Surround sozusagen durch die Spawn der Linge von Lexi, das war sehr, sehr ungewöhnlich für Tim, dessen Bainlinge jetzt leider erst kommen, die werden vermutlich nicht so viel Schaden finden. Das war schon nicht so schlecht, so wäre er noch ein bisschen schöner gewesen, hätte er die hier alle gekriegt, aber immerhin fünf Worker, naja, für drei Bainlinge, fünf Worker, naja, man hat auf jeden Fall den Gegner noch ein bisschen gestört, zumal die Bainlinge hier definitiv nicht mehr weggekommen wären, dementsprechend aus der Situation dann wahrscheinlich das sinnvollste noch rausgeholt. Jetzt haben wir gerade mehrere Injects übereinander, sehr, sehr viele Spinecrawler, die hier Lex baut, das ist gefällt mir nicht, also ich bin ja kein Freund von so viel statischer Verteidigung, das habt ihr ja vielleicht schon öfter mal mitbekommen, einfach auch, weil man sie dann nicht offensiv benutzen kann. Gut, streng genommen kann man im ZVZ mit den Spinecrawlern natürlich rüber, rennen zum Gegner und sie dort eingraben, aber das ist glaube ich eine Situation, die nicht so häufig passieren wird. Wir sehen übrigens den Spire bei Tim, wobei der Gegner natürlich schon Hydras hat, die zwar eigentlich zu Löcher werden sollen, aber trotzdem ist natürlich hier dann die Chance da, wir haben jetzt keinen Spore, weder in der Main noch in der Natural für Lex, sondern immer nur Spinecrawler, sogar hier nochmal ein Spinecrawler, also das finde ich auch ein bisschen sehr übertrieben. Wir sehen das 1er Attack-Upgrade für die Hydras und Löcher und Co., also die Fernkampfeinheiten. Immer noch keine dritte Base, das gefällt mir überhaupt nicht, genauso wie der Ressourcenstand hier bei beiden. Lex kann da auf jeden Fall mal einige Löcher raushauen, wenn er denn möchte. Ja, er hat, doch er hat das Gas ja sogar, Tim hat das Gas nicht, das heißt, er kann leider nicht mehr Mutas bauen, kann aber einfach mal eine riesige Drohnenrunde nochmal dazu drücken. Er hat leider keine Larven, also die Injects offensichtlich nicht, die ja, wobei, Queens haben alle nicht nicht zu viel Energie, das hat er schon gut gemacht, ich weiß nicht, ob er hier das quasi gerade erst gemacht hat, ich fürchte fast ja, ja, so sieht es aus, kommen jetzt hier nacheinander die Queues quasi erst rüber. Die ersten Mutas sind jetzt auf dem Feld, ich glaube die wurden noch nicht gescoutet vom Gegner, plus zwei Tickets geht, jetzt für die Fernkampfeinheiten bei Lex. Ersten Löcher, wie gesagt, auch schon da, was, dass diese dritte so lange braucht, das ist, irritiert mich hart. Double Evolution Schammer jetzt auch bei Tim, der sollte aber, wie gesagt, erstmal eine riesige Drohnenrunde raushauen, das fehlt mir bei ihm, äh, wirklich extrem gerade. Und auch, dass er seine Mutas nicht offensiv nutzt, finde ich etwas komisch, denn defensive Mutas bringen eigentlich gar nichts und Mutas werden tendenziell auch immer schwächer, je länger das Spiel dauert. Dementsprechend eigentlich sinnvoll, die jetzt möglichst früh anzusetzen und eine Reaktion des Gegners zu forcen, entweder in Form von noch mehr Hydras, die dann vielleicht von Link Banning irgendwann gekontert werden können, wir haben jetzt keinen Banning Speed. Oder aber eben die Sporecrawler wenigstens in jeder Base. Er könnte sogar hier diese Base, na, er könnte ja nicht, dafür sind die halt was zu nah dran. Ähm, wenn er ein bisschen früher gewesen wäre, hätte er diese Base sogar rausnehmen können. Er wusste ja relativ frühzeitig, wann sie platziert ist durch diesen Overseer, der da ah, wusste ja gar nicht. Er stand quasi hier hat es trotzdem nicht gesehen. Überrascht mich ein bisschen. Und jetzt gibt es hier tatsächlich so ein leichtes Abwarten, das finde ich auch ein bisschen komisch. Der Spieler hier mit, äh, Hydra Lurker rennt jetzt hier zurück. Wir sehen jetzt hier bei Tim auf jeden Fall das, äh, was ich gerade quasi andersrum gesagt habe. Ooooooooh. Tim, ich gebe dir den Ratschlag, dein Hotkey-Profil zu verändern und Banning ja morfen lassen und Banning ja explodieren zu lassen, nicht auf den gleichen Hotkey zu legen. Das ist etwas, was man, wo diese Situation, die gerade passiert ist, noch häufiger passieren muss, bis man das wirklich macht. Ähm, aber wenn man das mal geändert hat, dann ist das eine sinnvolle Sache. Jetzt geht es hier auf jeden Fall rein, die Lurker graben sich ein, aber gegen Bailing sind Lurker schon ganz gut. Also, das ist vielleicht hier ein bisschen schwierig. Da kommen jetzt die Mutters dazu, aber das sind viele halt. Also, ich glaube nicht, dass die Mutters hier da das Entscheidende liefern können. Äh, ihr solltet jetzt mal hier die vierte Base rausnehmen, das in jedem Fall. Jetzt sind die Lurker Unbrood, aber da kommt der Move out ein bisschen zu spät. Ich glaube nicht, dass das reicht. Ah, vielleicht räumen die Mutters, die Mutters reichen. Die Mutters reichen. Es sind zu wenige Hyde, was noch übrig. Die Belgier haben genug Schaden hier gemacht. Damit kann hier alles getötet werden. Leider kein Overseer hier auf Seiten von Tim. Wo ist die Detection? Move Detection! Da kommen die Reinforcements tatsächlich und er konnte die Lurker hier nicht abräumen, weil eben keine Overseer da sind und die Reinforcements reichen hier, um die Mutters rauszunehmen von... Tim? Fragezeichen! Sieht eher so aus, als würde es ausreichend so gerade für die Mutters. Aber das war natürlich sehr, sehr teuer. Viele, viele Mutters hier gestorben. Zwölf Stück insgesamt. Es kommen neue dazu tatsächlich. Und jetzt ist der Overseer da. Jetzt können die Lurker eigentlich rausgenommen werden. Neue Hydeos sind aber jetzt auch wieder da. Ich glaube, dieser Lurker wird tatsächlich erstmal weiter überleben. Relativ viele Overseer bei Lex, würde ich mal an dieser Stelle kritisch anmerken. Es sind viele Ressourcen, die da reingegangen sind. Aber natürlich sieht er wieder jetzt alle grieferischen eingegrabenen Einheiten, obwohl Boro gar nicht erforscht ist und noch keine Löcke auf dem Feld. Trotzdem reichen hier gerade die Reinforcements wieder aus von Tim, um den Push wieder zurückzudrücken. Trotzdem kommen wieder die nächste Welle. Die nächste Welle halt, was rennt hier los? Die 2-0-Upgrades machen halt auch viel viel aus, muss man sagen, an dieser Stelle. Noch keinerlei Upgrades, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Jetzt hätten wir ja hier gesehen, von Tim. Das ist natürlich was, was ihm dann schwer zu schaffen hat. Natürlich, er hat Baiting Speed, aber ich meine natürlich hier diese äh, ne, die, die normalen Upgrades. Plus 1 Defense zum Beispiel. Oder plus 1 Attack für die Nahkampfeinheiten, was Tim jetzt nämlich gerade hier erforscht. Tim hat immer noch eine bessere Eco. Seb ist ja alles andere als tot an dieser Stelle. Trotzdem macht mir seine Army-Komposition ein bisschen zu schaffen. Also Ling Baiting gegen Lurker ist schwierig. Und Mutas im direkten Fight gegen Hydras auch eher suboptimal. Also die Army-Komposition finde ich besser von Nex, wobei mir um ehrlich zu sein, da ein bisschen Variation noch fehlt. Also es sind sehr, sehr viele Hydras. Selbst wenn er jetzt ein paar Lurker bauen würde, wäre mir immer noch lieber, wenn er auch ein paar entweder Roaches oder eben Linge dabei hätte. Wahrscheinlich in der Situation eher Linge. Wobei das ein Spielziel ist, der mir nicht gefällt. Also ich spiele sehr ungern Muterling Baiting. Äh, ne, das spiele ich eigentlich eher gerne. Ich spiele sehr ungern Hydra Baiting. Oder Hydraling Baiting. Wenn er jetzt hier den Löcker denn bekommen würde, wäre das natürlich sehr schön für ihn. Aber ich glaube nicht, dass das reichen wird. Er entscheidet sich lieber für sichere Ziele. Kann jetzt hier noch mit der Eko angreifen. Kommt da noch mal einige Drohnen tatsächlich raus. Und das hätte ich mir ein bisschen früher gewünscht von Tim. Äh, dass eben die Mutas hier versuchen, den Schaden zu finden in der Netsch, wie jetzt äh, und in der dritten Base. Jetzt sehen wir hier neue Spore-Trawler. Dementsprechend jetzt das erste Mal, dass ich versuche dagegen abzuwerden. Hier übrigens nicht. Das heißt, wenn die Mutas einfach einen anderen Winkel nehmen würden, würde das hier sehr schwierig werden. Tim, äh, noch mal mit einer harten Link-Runde hier. Jetzt kommen endlich mal ein paar Drohnen. Hätte ich mir tatsächlich schon vor ein paar Minuten gewünscht, wie gesagt. Also, dass er da, äh, die ganze Zeit hier auf der maximalen Eko ist. Ist ein bisschen, äh, blöd, finde ich. Er sollte auch dringend eine Makro-Hedge bauen, denn wir sehen, dass hier auch die Injects sitzen nicht so ganz. Aber, vor allen Dingen, äh, kann er dadurch sein Geld eben nicht ausgeben, weil die Larven nicht da sind, um gerade so einen Link-Baiting-Stil, der viele, viele Larven braucht, eben zu supporten. Jetzt hat er genug Drohnen, würde ich sagen. Aber, wie gesagt, er bräuchte noch mehr Hatcheries. Und auch vielleicht ein bisschen, äh, bisschen stärkere Einheiten als Link- und Baiting. Er muss sich auch hier mal kritisch anmerken. Es scheint jetzt hier einen neuen Fall zu geben. Äh, Lex möchte hier durch die Rocks. Das Ganze wird nicht gesehen von Tim, der allerdings, äh, direkt daneben steht. Oh, dass er diesen Rock nicht, jetzt sieht er es. Jetzt nicht mehr. Aber er hat kurz die Projektile gesehen. Oh, dass er hier, jetzt, jetzt hat er gemerkt, durch die Spawnlinge, dass die Rocks fehlen. Gucken, ob er das auch wahrgenommen hat. Also, er kann es theoretisch gesehen haben. Da werden die Löcher gemacht, die werden aber erst gebaut, nach Tim die Rocks rausgenommen worden. Das ist sehr riskant. Wenn das hier Tim gesehen hätte und hier drauf kombiniert hätte, als die Löcher noch nicht fertig waren, dann, äh, wäre das, das, äh, aus für die Armee von Lex gewesen. So reicht das auf jeden Fall, äh, aus. Ich glaube nicht, dass Tim diese Armee so schlagen kann. Zumindest nicht, wenn er von einer Seite kommt. Wenn er hier aus drei Richtungen kommt, von hier, von rechts und von unten, dann vielleicht. Aber das ist nicht der Fall. Die vierte Base wird hier besiegt schon. Die vierte Base wird fallen, ohne dass Tim dagegen was tun kann. Zieht jetzt hier die Drohnen schnell zurück. Aber das war's jetzt für die vierte Base. Die Armee wird das ja auch nicht rausnehmen können. Diese Base sollte er einfach aufgeben. Oh, das war riskant. Das ist immer noch riskant. Tu das einfach nicht. Auch Baining und Baining-Speed sind immer noch gegen Lurker nicht geil. Ich muss mal ganz klar sagen. Also, hier muss eigentlich jetzt ein Split vernünftig sitzen, wenn er die Armee rausnehmen will. Und ich sehe das nicht. Ich sehe nicht, wie er mit Link-Baining hier gegen so viele Lurker agieren will. Jetzt geht's auf jeden Fall drauf. Die Lurker sind nicht geborrowed. Jetzt ist das erst der Fall. Und das ist der beste Fight, der Tim hier eigentlich zu Füßen fallen kann. Muss man ganz klar so sagen. Reicht das aus, ist die Frage. Ja, es reicht, um das Ganze erstmal zu gehen. Warum fliegt der jetzt weg? Töte die verbleibenden Einheiten, bitte. Sehr, sehr wichtig. Es sind viele, viele Mutters halt da. Sollte allerdings nicht die Overseer fokussen, sondern vielleicht erstmal die Lurker, die hier den Schaden verursachen. Die Mutters haben hier echt viel Schaden gemacht. Deutlich mehr, als ich insgesamt erwartet habe. Aber es sind auch echt viele. Trotzdem hätte das ganz anders ausgehen können. Wenn die Lurker geborrowed wären, dann wäre das ein bisschen schwieriger gewesen. Da vielleicht der Tipp an Lex, der das wahrscheinlich hier nicht sehen wird, weil ich glaube, Tim hat das Ganze eingeschickt. Eher einzeln anbauen und nicht alles auf einmal. Denn sonst gäbe das schnell solche Situationen wie jetzt. Wenn da einfach 5, 6 Lurker noch geborrowed worden wären zwischendurch, dann wäre der Fight ganz anders ausgegangen. Aber gut, er ist nicht so ausgegangen. Und jetzt bin ich gespannt, ob Tim seinen aktuellen Vorfall nutzen kann. Hat er genug Mutters? Wir sehen abgertechnisch nichts bei den Mutters. Wäre allerdings jetzt hier weitere Lurker gemopft. Das ist vielleicht nicht das Sinnvollste. Das sieht auch Lex inzwischen ein. Cancelt hier die bauenden Lurker. Aber wir sehen hier, Mutters gegen Hydras ist nicht so geil. Vor allen Dingen, da die Hydras 2, 2 haben. Reicht aber aus, um hier so eine kleine Lücke für die Linge, die nachkommen, zu schaffen. Und mal schauen, ob die Lingewelle jetzt hier überrennen kann. Die Linge haben plus 1. Mutters sind allerdings jetzt alle weggestorben. Leider nicht mal hier in der 4. Weil ich den Schaden gefunden habe. Also es sind eigentlich viel zu viele Mutters gefallen an dieser Stelle. Sind es hier 41 Mutters? Ist halt schon heftig. Das ist halt viel Gas, was da gefallen ist. Und Mutters traden relativ selten kosteneffizient. Dementsprechend, ja, sehr, sehr teuer gewesen von Tim, der auch einige Drohnen in dieser Situation verloren hat. Er ist jetzt deutlich hinten, was Drohnen angeht. Hat trotzdem noch ein bisschen Ressourcen, weil er einfach nur Linge baut. Und damit ist es schwer, die Bank aufzubauen. Aber ich bin mir ziemlich sicher bei dem Droncon, dass er das gleich hinkriegen wird und dass seine Base eher schwinden wird. Jetzt kommt wieder der Gegen-Push von Lex. Oh, ja. Mutters klieren das Ganze wieder. Aber es fallen weitere Drohnen. Also er braucht eigentlich jetzt noch eine Drohnenrunde von so 20 Drohnen. Nicht mal eine Queen hier in der Natural. In der Main ist die Queen nicht vernünftig am Werken. Sie muss dringend injecten. Neue vierte Base steht jetzt, wobei es eigentlich die fünfte ist, weil unten ist ja schon eine Base. Aber an der normalen vierten Base Position steht jetzt wieder eine neue Base. gegen Ling. Gewinnt Tim eigentlich immer relativ gut, weil er das eine Nahkampf-Upgrade hat. Auch wenn der Gegner einen Defense-Upgrade mehr hat. Ist das, glaube ich, sinnvoller? Stimmt das überhaupt? Weiß ich nicht. Kann ich, um ehrlich zu sein, nicht so gut sagen. Aber zu Notlinien hat die Mutters noch. Ich bin jetzt gespannt, wie das hier weitergeht. Oh, warum stehen hier so viele Drohnen? Das ist eher suboptimal. Relativ viele Linge. Ich weiß nicht, warum jetzt hier Lex auf einmal auf Ling gekommittet. Er hat eigentlich die Möglichkeit, also wenn er jetzt nochmal zwei, drei Lurker mehr dabei hätte, würde mir das doch deutlich besser gefallen, um ehrlich zu sein. Jetzt in diesen Ling-Banning-Fight bei Minute 18 nochmal zu gehen, ohne selber Banning-Speed zu haben und mit Upgrades, die da vielleicht nicht drauf ausgelegt sind. Finde ich das doch etwas überraschend, Tim scheint jetzt den nächsten Push starten zu wollen. Es sind wieder viele, viele Mutters dabei. Also wie viele Mutters hier Tim gebaut hat. Finde ich überraschend. Ich bin ja eigentlich gar nicht so ein riesen Mutter-Fan, muss ich ganz klar sagen. Schon gar nicht im ZVZ, weil ZVZ-Mutters ist immer ein ganz komisches Spiel. Noch schlimmer als PvP-Phoenixes. Die Banninge sitzen hier gut von Tim und das sieht so aus, als würden die Banninge hier ausreichen. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Warum lässt sich Lex in dieser Situation auf einen Ling-Fight ein, wenn er eben anderen Tags zur Verfügung hat? GG, Tim gewinnt diese Partie. Herzlichen Glückwunsch dafür. Stand aber zwischendurch hart auf Messerschneide. Mich hat überrascht, wie viel Schaden noch echt die Mutters gemacht haben. Vielen Dank, dass du mir das demonstriert hast und vielen Dank für das Einschicken. Übe nochmal das Wort Rank-Mitch bitte. Ansonsten war das schon in der Partie doch gar nicht so schlecht. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts solltest du vollklicken. Unrechtlicher Aspekt von mir und da wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.